Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Nass, unterhaltsam, cool und erfrischend war es am zweiten Arschbomben-Contest während der Sommerferien im Gartenbad Reinach. Die jungen Teilnehmenden haben sich auf jeden Fall sehr zufrieden gezeigt. Ich mache mit, weil es Spass macht. Ich bin auch gut darin, Tricks zu machen vom Sprungbrot. Und alles hat mir gefallen. Ich mache mit, weil ich die Pokale gewinnen will und die Preise. Es gefällt mir gut und ich freue mich mega, dass ich mitmachen darf. Mitgemacht habe ich aus Zufall. Gestern war ich hier in der Badiung und dann haben die Leute Flyer verteilt. Dann habe ich so einen Flyer gekriegt und dann habe ich mich angemeldet. Und ich habe es eigentlich toll gefunden. Es hat Spass gemacht. Ich habe mitgemacht, weil ich schon letztes Jahr auch mitgemacht habe und es eigentlich Spass gemacht hat. Und ich weiss eigentlich, weil vorgestern, wenn ich ins Schwimm kam, dann stand da oben bei der Tür gestanden und es hat mir einen Flyer gegeben. Ich habe mitgemacht, dass ich alles gelernt habe von meinem Kollegen. Und mein Kollege hat mir geholfen. Zu diesem Anlass gekommen ist es, dass wir mit dem Schwimmbad Rhinach zusammen gearbeitet haben. Letztes Jahr hat es angefangen. Also letztes Jahr hat es auch mal Abend angefangen. Und wir haben als krönender Abschluss grosse Event durchgeführt. Und so ist der Arspermen-Contest entstanden. Ziel und Zweck ist einfach der Jugendliche von Rhinach einen tollen Anlassbieter in den Sommerferien in Rhinach. Wie cool ist, dass die Jugendlichen Freude haben. Auch, als wir hierher gekommen sind, an der Kasse hat es geheissen, alle Jugendlichen sind mit einem Lächeln reingekommen, was für uns natürlich eine schöne Rückmeldung ist. Und ja, einfach, dass sie Spass daran haben. Wir haben letztes Jahr sehr gute Resonanz bekommen. Es waren alle zufrieden, alle haben es mega toll gefunden. Und die Erwachsenen haben auch gefragt, ob es mal einen Durchgang für Erwachsene gibt. Das konnten wir dieses Jahr noch nicht durchführen, aber das wird sich zeigen, ob das in Zukunft möglich ist oder nicht. Und der erste Platz ist für Joël! Grosser, grosser Applaus! Joël hat ein Jahresabonnement von der Badi gewonnen. Für die Zukunft gibt es Überlegungen, die Anlass mehr in Richtung Ende der Sommerferien zu legen. Der Sommer 2024 wird es zeigen. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.